Oh meine Damen und Herren, wir haben an dieser Stelle unser Freaser seit in diesen Sätzen wieder einsammelt. Vielen Dank an der Stelle nochmal, das ist hier meine Gespräche. Haben wir an dieser Stelle noch etwas Besonderes, denn heute haben wir ein Geburtstagskind, der zweite Fingro ist für einmal etwas ganz Besonderes. Und in den zweiten Abend wird er seine eigene...